Grüß euch, ich bin der Wieland von Nebelhorn. Für alle, die die Nebelhorn noch nicht kennen, das ist ein Viking-Metal-Projekt mit deutschen Texten. Seit jeher kann ich mit Nebelhorn aufgrund eurer Unterstützung frei und autark Musik gestalten, was man so meinlich auf den bisher drei erschienenen CDs hören kann. Und das soll auch so bleiben. Und die neue CD-Urgewalt steht in den Startlöchern. Allerdings brauche ich dazu eure finanzielle Unterstützung. Viele Leute stehen schon da und warten darauf, das Ganze zu verwirklichen. Aber jetzt ist euer Support gefragt. Nebelhorn ist für mich eine Art Ton, Klang und Texte gefasste, weltvolle Eindrücke und Stimmungen, die die Musik bilden. Ich setze mich nicht an den Tisch und grüble. Ich muss jetzt ein Lied schreiben oder folge dabei irgendwelchen Strukturen. Wenn es mich packt, Auslöser kann ein Bild, eine Landschaft, ein Erlebnis sein, dann schreibe ich entweder einen groben Textinhalt und beginne die Gedanken in Musik zu formen oder umgekehrt. Manchmal auch gleichzeitig, sodass sich alle Eindrücke vermischen. Seit 2007 ist die Still um Nebelhorn geworden. Aber diese Stille möchte ich mit euch zusammenbrechen. Das Startnext könnt ihr nun direkt darauf Einfluss nehmen. 10.000 Euro brauchen wir noch, um die ganze Sache zu verwirklichen. Und ich danke euch schon jetzt im Voraus dafür, dass wir anfangen können. Ich kann es kaum erwarten.